Bei der RTL-Tanzshow, Let's Dance, verstehen sich Tänzer, Teilnehmende und Produktionsmitglieder oft als eine Familie. Nun gibt es einen Trauerfall, der Produktionsleiter ist mit nur 46 Jahren gestorben. Der Senior-Produktionsleiter der beliebten RTL-Tanzshow, Let's Dance, im Mitkulikoglu, ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Das teilte der Sender am gestrigen Montag mit. Die Trauer bei Profitänzerinnen und Profitänzern wie auch Teilnehmenden, die ihn kennenlernen durften, ist groß. Wir sind fassungslos und voller Schmerz. Ümit, du fehlst uns so sehr, heißt es in einem Instagram-Post der Produktionsfirma Seapoint Productions, unter dem weitere, die Kulikoglu kannten, kommentieren. Die, Let's Dance, Profitänzerin Renata Lusin etwa, die gerade nach mehreren Fehlgeburten schwanger ist, zeigt sich bestürzt. Es gibt keine Worte. Fassungslos. Als ob wir uns alle noch gestern gesehen haben. Du hattest noch so viel vor im Leben. In tiefer Betroffenheit unser herzliches Mitgefühl an Familie und Freunde, schreibt sie. Du wirst uns allen so fehlen, lieber Ümit. Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die Erinnerung. Auch die bei Zuschauerinnen und Zuschauern der Sendung beliebte Profitänzerin Ekat Leonova bringt ihre Trauer zum Ausdruck. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du, lieber Ümit, nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns allen sehr fehlen. Kommentiert sie den Todesfall, Ruhe in Frieden, wünschen ebenfalls etwa Ex-Bachelorette und Let's Dance-Teilnehmerin Sharon Batiste und Profitänzerin Christina Henni. Auch etwa Ex-Bachelor Dominique Stuckmann und seine Freundin Anna Rosso bringen ihre Trauer zum Ausdruck, ebenfalls wie Profitänzerin Isabel Edwardson oder Ex-Teilnehmer Mimi Kraus.